Hallo liebe Freunde, ich möchte euch etwas vorstellen. Ich habe 22 Freunde, die für dich was vorbereitet haben. Dich erwartet 23 tolle Videos, doch das ist nicht alles. Vom 1.12. bis zum 23.12. präsentieren sie euch Gewinnspiele. Und natürlich unterhaltsame Videos zum Thema Winter und Christmas. Doch wie wird das gehen, fragst du dich? Das möchte ich dir jetzt erklären. Jeden Tag kommt ein Video für dich. Dort zeigen wir dir, was du gewinnen kannst natürlich. Und das vom 1. bis zum 23.12. Und dabei verstecken wir eine Zahl im Video. Die solltest du dir vielleicht mal notieren. Zum Beispiel hier, oder hier, oder doch hier. Diese Zahlen von 23 Videos sammelst du. Am Ende addierst du diese Zahlen, also alle Zahlen zusammenziehen. Du hast alle Zahlen zusammengezählt, dann wartest du auf den 24.12. Am 24.12. lernen alle nochmal ein Video hoch für dich. Dort darfst du dann in die Comments oder per Mail mitmachen. Dort schreibst du oder schickst es per Mail die zusammengezählte Zahl. Das ist wichtig, nicht vergessen. Und wir geben natürlich dir Zeit. Du hast bis zum 28.12. 0 Uhr Zeit mitzumachen. Ist das nicht toll? Auf den folgenden Tagen wirst du dann benachrichtigt, ob du gewonnen hast oder nicht. Wenn du gewonnen hast, schickst du uns deine Adresse und wir schicken dir deinen Gewinn ab. Also du bekommst ein Nach-Weihnachtsgeschenk von uns noch. Das alles erwartet dich ab dem 1.12. Aber vergiss nicht, guck in die Infobox, dort stehen nochmal alle Informationen und die Mitmachregeln noch. Wir wünschen dir viel Spaß beim Adventskalender. Ach ja, nicht zu vergessen, alle Teilnehmer, also die, die mitmachen bei dem Adventskalender, findest du in der Infobox. Tschüss. Ich und meine Freunde freuen uns schon sehr drauf. Tschüss.